Hiermit fing vor 100 Jahren alles an. Mit dem Farinographen hat die Firma Brabender die Qualität von Mehl zum ersten Mal quantifizierbar gemacht. Seitdem kamen weitere Erfindungen und Forschungsbereiche hinzu. Heute, 100 Jahre später, arbeitet man bei Brabender unter anderem an der Ernährung von morgen. Und da kommt er zum Einsatz, der Extruder. Der Extruder ist praktisch wie eine Plädoknetpresse. Wir haben jetzt keinen Stempel, wir haben zwei Schnecken, die jetzt gerade rotieren. Wir bringen einen Basisrohstoff, in dem Falle Biertreber und Sojaprotein zusammen und zusätzlich Wasser in den Prozessraum rein. Das Ganze wird unter Scherung und Hitze beansprucht, wird also denaturiert und im Anschluss wandert es durch die Kühldüse, fließt durch die Kühldüse, die dann nachher das Material abkühlt und es erzeugt uns einen texturierten Strang. Dieser texturierte Strang wird dann im Nachhinein in eine Fleischwolf beispielsweise zerhäckselt. Es ist das Basisprodukt für vegetarische Produkte. Egal ob vegetarisches Schnitzel oder Burgerpatty, die Möglichkeiten sind groß. So wie ein Stockwerk weiter oben. Hier dreht sich alles um die Verpackung von Produkten. Aber nicht in herkömmlichen Kunststoffen, sondern in einem Material aus Algen. Verpackung aus Algen hat als Naturprodukt nämlich klare Vorteile. Erstmal werden keine weiteren chemischen Bestandteile benötigt. Es werden gut verträgliche Weichmacher einsetzbar und letztendlich ist die Bilanz, die Gesamtbilanz von dieser Alge einfach hervorragend. Künftig könnten zum Beispiel Spülmaschinentabs in dieser Verpackung auf Basis von Meeresalgen verkauft werden. Forschung auf der Höhe der Zeit. Made in Duisburg-Hochfeld. Um als Traditionsunternehmen auch weiterhin erfolgreich sein zu können, kommt es für Geschäftsführer David Chesny auf die richtige Mischung an. Die richtige Mischung an Erfahrung und innovativen Ideen. Es ist definitiv so, dass natürlich ein gewisser Erfolg, der sich über die 100 Jahre eingestellt hat, auch einen auch gelassen macht. Und diese Gelassenheit natürlich auch immer wieder aufgebrochen werden muss, um dort in Zukunft innovativ unterwegs zu sein. Und ich denke, wir schaffen das vor allem durch eine vernünftige Mischung zwischen älteren, erfahrenen Mitarbeitern und neuen Mitarbeitern, die nochmal einen frischen Wind reinbringen. Und dieses Modell scheint ihm recht zu geben. Denn Brabender konnte mit 2022 ein Rekordjahr verzeichnen. 100 Jahre Brabender am Standort Duisburg. Dass sich die Firma so lange halten konnte, freut auch Wirtschaftsdezernenten Michael Rüscher. Also Unternehmen, die 100 Jahre und älter sind, gibt es tatsächlich nicht allzu oft. Da sind wir, glaube ich, irgendwie im Promille-Bereich. Deshalb Hut ab, eben, dass es hier Brabender gelungen ist, so lange schon am Markt zu bestehen. Ich glaube, das Erfolgsrezept ist, dass man eben nicht aufhört, wenn man mal eine Innovation kreiert hat, am Markt platziert ist, sondern dass man weiter forscht und weiter kreativ bleibt, um sich eben den Marktprozessen anzupassen. Und wir in Duisburg bringen, glaube ich, gute Voraussetzungen mit, gerade mit unserer Forschungslandschaft. 100 Jahre Brabender. So sehr man sich auch über dieses große Jubiläum freut, die Augen hat man hier auch weiterhin auf die Zukunft gerichtet.